Ja, 2-2, muss ich sagen, dann müssen wir den Punkt mitnehmen, weil der Abstiegskampf, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Natürlich, dass es ein bisschen schmerzhaft ist, wenn man gut im Spiel kommt. Ja, erstmal Respekt an die Mannschaft, Weihnachts-Union-Spiel. Wir haben sehr viel diskutiert, wir haben einiges umgeändert und wir haben gut angefangen, guter Ballbesitz, zielstrebig. Das war ein gutes Spiel, auch von Zweikämpfern. Eine rote Karte, dann Führung und damit haben wir nicht gut klargekommen wieder. Und kann man so eine Führung nicht mitnehmen. Und einfach, wir haben immer noch wahrscheinlich weitergejubelt oder haben gedacht, jetzt haben wir das gegenüber zehn Gladbacher und bis Halbzeit Chaos und Gegner für 2-1. Dann musst du da reingehen, musst du Ordnung schaffen, musst du so reden mit der Mannschaft, dass sie auch rausgehen und die spielen noch, ja, versuchen sie zu drehen. Ja, aber das ist nicht einfach. Heute ein Plus ist natürlich mehr, aber viele Mannschaften gewinnen sogar die Spiele mit der Unterzahl, weil du darfst fünfmal wechseln. Das ist nicht so wie früher gewesen, da hat man Jojo, spielst du weiter und irgendwann sind sie müde, jetzt kommt immer frischer rein. Da müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht auskontern. Aber die zweite Halbzeit, nach persönlicher Änderung haben wir gut gespielt. Ja, von Position her, von Staffelung her, scharfe Pässe, tiefe Flanke, Nachgesetze, Ecke, Ecke, Druck. Aber leider zum Schluss dieser Lucky Punch hat gefehlt. 2-2. Wir müssen damit zufrieden sein und jeder Punkt, was wir sammeln, ist wichtig bei dem Abstiegskampf. Und was wichtig ist, das war Fußballspiel. Ja, teilweise war das ein bisschen körperbetont, aber da müssen wir noch ein bisschen reinwachsen. Bei nächster Woche wird bestimmt auch körperbetontes Spiel kommen. Und jetzt die Stimmung können wir zwar mitnehmen, weil das hat Fußball ausgesehen. Leider, ja, zwei Punkte weniger, aber ich würde nicht sagen, ja, wir haben drei Punkte verdient. Nein, da müssen wir damit klarkommen. Die letzte Konsequenz war nicht da, obwohl wir haben die ganze Kapazität, was wir haben, auf dem Platz gehabt. Ja, die Jungs haben sogar gearbeitet. Diejenigen, die ausgewechselt haben, haben sie gut gearbeitet. Nicht ausgewechselt waren, aber schlecht gespielt. Also die Moral ist jetzt okay. Und deswegen sage ich aber, wichtig, dass wir sogar mit 2-2 nach Hause gehen. Nächste Woche ist eine wichtige Woche und wichtige Spiel. Paul, vielen Dank. Dann beginnen wir mit den Fragen. Und zwar die erste von Carsten Briefer, Bild BZ. Was ist nach dem 1-0 mit der Mannschaft passiert? Was hast du in der Pause gesagt? Also, wenn die... Tag 1-0, ich glaube, das war wahrscheinlich bei den Spielern, das war genauso wie auch so. Gehst du zur Führung und dann bist du so schockiert, ja, oder irgendwie denken sie, die Spieler bei Abstieg kamen, das kenne ich selber. Führst du 1-0 und dann willst du das mitnehmen. Das geht nicht, ja, das geht nicht. Und dann waren wir passiv, waren nicht aktiv, dann waren wir, das ist Mathematik, ja, ich stelle die Gegner zu, hinten bleibt sogar ein Plusmann als Absicherung, passiert nichts, dann ist Ordnung. Und wir kassieren mit Tore, dass die Gegner uns auseinander spielen, obwohl wir sind mehr und wir führen wir sogar. Und das war eine Identität. Und ich glaube, nächstes Mal, wenn sie so etwas erleben, diese Spiele, dann wird nichts passieren, ja, weil dann müssen sie davon lernen. Und zweite Halbzeit sind wir auf dem Platz, ja. Das ist für Coaching, für Ordnung. Dann hat das besser ausgesehen. Und halbzeit bin ich ganz ruhig geblieben. Ich habe gesagt, alle Spieler, warum würde ich auswechseln? Und Dodi mussten wir auswechseln, weil da gibt es keinen Raum mehr, wenn wir nicht weglaufen. Deo, gelbe Karte. Und was habe ich noch gewechselt? Halbzeit. Maxi. Maxi wollte ich mit Platte, dass viel besser der Flanke kommt, weil Maxi war nicht, das war nicht sein Tag, nach meiner Sicht. Die Flanke haben nicht dahin gegangen, wo wir normalerweise sollen. Deswegen haben wir wieder wechselt. Wir haben aufgemalt das System, haben erklärt, wie wollen wir das sehen. Und die Jungs haben es auch gut gemacht, ja. Muss man sagen, ein paar Schärfer, Spielzüge, Grundlinie, Flanke, Druck, Ecke, Standard. Ich weiß nicht, über 20 Schuss wahrscheinlich. Muss reich sein, ja. Und dieses Mal waren nur zwei Tore, nächstes Mal vielleicht drei. Heute nur Punkt. Und ich sage nochmal, ich bin ruhig geblieben. Und natürlich kurz vor dir rausgehen. Natürlich, dann pushst du die an, dann bist du ein bisschen Toner, weil wir haben schon so viel geredet, die letzte Woche so viel Sache gemacht haben. Irgendwann ist es nicht so einfach. Damit hast du auch schon die erste Hälfte der Frage von Stefan Henke von der Märkischen Allgemeinen Zeitung beantwortet, nach den drei ausgewechselten Spielern. Die zweite Hälfte der Frage, wie gut haben die drei Neuen dem Hertha-Spiel getan? Also Nemanja. Ich glaube gut, Nemanja hatte eins gegen eins. Wir haben gewusst, natürlich, wir sind ein Spieler mehr. Darf man nicht vergessen. Dann desgierst du ein bisschen. Und Nemanja hat als rechter Flüger da agiert und hat das sehr gut gemacht. Und auch zu der Tiefe, die Kunja, die sind immer wieder reingegangen. Oder Matteo. Also praktisch die rechte Seite sehr gut funktioniert. Links vor allem vielleicht ein Tick zu wenig, aber die haben sie bei Platten sehr gut zugestellt. Wahrscheinlich wegen der Flanke, damit er nicht flanken soll. Zwei Stürmer vorne im Box. Ja, kann immer etwas passieren. Ich habe auch gehofft, weil Christoph hat der Trainer Nase, Tore zu machen, wenn er als Joker kommt. Dieses Mal hat nicht geklappt, aber nächstes Mal vielleicht. Und zum Schluss Kunja zwei, drei Schüsse eigentlich im Training sitzt. Dieses Mal nicht. Muss man einfach arbeiten, das Abstiegskampf. Und verdient der Punkt. Wenn hätten wir vielleicht ein bisschen konsequenter umgegangen mit der Sache, dann wäre es besser. Aber erstmal nehmen wir es mit. Wie schätzt du, wenn wir dabei bleiben, diesen Punkt ein? Wie ist deine Gefühlslage? Ein Punkt gewonnen oder zwei liegen lassen? Ist die Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost? Also, ich finde, es hätte besser gewesen, wenn die Gegner mit Erbsspieler weiterspielt, weil wir waren gut drauf. In die Spiele waren wir gut reingekommen. Weil das hat uns gestört. Die zweite Halbzeit waren wir gut, aber heute ist es nicht mehr so einfach. Es darf nicht ausgekontakt sein. Fünf Wechselspieler darf reinkommen. Also es gibt immer frischer. Und könnte man auch, wenn die Flanke besser fliegt und in den Abschluss reingeht. Aber wir müssen damit zufrieden sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Weil wenn du hier 2-1 verlierst mit zehn Mann, dann wären alle negativ. Und eine Katastrophe, Moral. Und das brauchen wir nicht. Ja, weil das war ein gutes Spiel. Erf gegen Erf, egal wie kurz. Wir haben gut reingekommen. Nach Unionsspiel war eine riesige Steigerung. Fußball und auch die zweite Halbzeit. Das war Fußball. Dann habe ich noch eine Frage von Andreas Hunziger, vom Kicker. Santi Ascaciba hat Hussar ersetzt und ein Tor gemacht. Wie sehen Sie seine Leistung? Santi Ascaciba hat das schöne Tor gemacht. Er ist zweikampfstarker Spieler, aber er ist nicht diejenige, die große Ballbesitzspieler erst mal. Und das zweite Mal. Zweite Halbzeit ist es sehr wichtig gewesen, dass man schärfe Bälle, schneller Spiele spielt. Und für die Ordnung, damit wir nicht durch und quer laufen. Das war nötig, es damit zu holen. Und das hat auch gut aussehen. Ja. Und nächste Woche kommt auch Thyssa. Wir sind zufrieden mit der Arbeit von die Sechser. Die sollen wir auch noch ein bisschen vorne steigern und dann wird das gut. Dann sage ich dir ein paar herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und vielen Dank für die Fragen an die Kolleginnen und Kollegen auf der Pressetribüne. Schönen Samstag noch. Bleibt gesund. Und nachher geht es hier weiter mit Markus Ahreiz, meinem Kollegen und Marco Rose. Bis nachher. Ciao. So, hallo zusammen. Schöne Grüße hinauf auf die Pressetribüne. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Von Marco Rose nach unserem Spiel hier bei der Hertha-Fragen habe ich geschickt bekommen und lese sie vor. Die erste ist von Christian Kitsch von der BILD. Marco, bist du einverstanden mit der roten Karte für einen Sommer oder war die zu hart? Und mit welchem Gefühl gehst du in die nächsten beiden Spiele, für die deine Nummer eins voraussichtlich gesperrt sein wird? Bauchschmerzen? Und ist bei Tobi Sippel alles okay? Fangen wir hinten an. Tobi Sippel ist jetzt erstmal Entwarnung gegeben worden, habe ich selber aber noch nicht persönlich mit ihm reden können. Müssen wir schauen dann die nächsten Tage, wie sich das entwickelt. Davor, ich habe gar keine Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass wir sehr gut arbeiten im Torhüte-Bereich. Gutes Training haben, ich die Jungs jeden Tag sehe. Wir mit Sippel einen guten zweiten Torhüte haben, mit Max einen guten dritten und dann sogar noch mit Jan Olschowski hinten dran, einen sehr talentierten, dem ich Bundesliga auch zutraue. Jan mit seiner Persönlichkeit fehlt uns natürlich, aber ich habe keine Bauchschmerzen. Und ich habe die Szene nicht nochmal gesehen. Im Spiel hatte ich so wahrgenommen, dass möglicherweise Zakaria hätte noch eingreifen können, aber ich kenne ehrlich gesagt dort auch nicht ganz genau das Regelwerk. Es ist überprüft worden, es gab rot. Ich glaube, Jan hat auch nicht sonderlich reklamiert. Es wurde jetzt nach dem Spiel nicht großartig diskutiert. Also denke ich, dass die rote Karte so durchaus ihre Berechtigung hat. Dann haben wir noch eine zweite Frage an Marco Rose von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Wie bewährt es grundsätzlich die Schiedsrichterleistung auch vor dem Hintergrund der 72. Minute, als Markus Thüram von Klünter im Strafraum offensichtlich gehalten wurde? Ich glaube, dass der Schiedsrichter kein einfaches Spiel heute hatte. Er gibt sicher nicht gerne in der 15. Minute eine rote Karte, die ja, dann haben wir ja gerade diskutiert, dann auch berechtigt war. Ansonsten war es natürlich dann in Unterzahl für uns ein sehr kämpferisches Spiel. Viele kleine Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Ich glaube, insgesamt hat er eine sehr ordentliche Partie gepfiffen. Allerdings muss ich sagen, die Szene habe ich tatsächlich gesehen und er hat so wahrgenommen, dass es kein Foul ist. Aber wenn man sich die Szene anschaut und wir haben ja die Möglichkeit in dieser Saison uns Szenen anzuschauen, dann ist das für mich ein Erfolg, auch ein Elfmeter. Aber dafür kann der Schiedsrichter nichts, dass er kein Signal aus Köln kriegt. Aber für mich, wie so oft diese Saison, sitzen wir hier und diskutieren so eine Szene. Nicht nachvollziehbar, warum dort nicht noch mal zumindest nachgeschaut wird. Gut, ich habe keine weiteren Fragen für dich, Marco. Danke dir und nochmal ein Gruß hinauf auf die Pressetribüne und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.